Nach seiner 50-Jahre-50-Hits-Tour plant Roland Kaiser, 72, seine große Arena-Tour 2025. Trotz der Vorfreude auf die Konzerte zeigen sich seine Fans jetzt besorgt. In wenigen Monaten startet Roland Kaiser seine große Arena-Tour 2025. Und das, obwohl der Schlagerstar erst dieses Jahr seine große Jubiläumstour 50 Jahre, 50 Hits spielte sowie seine traditionelle Kaiser-Manier. An Pause scheint Roland Kaiser nicht zu denken, im Gegenteil. Roland Kaiser plant weitere Zusatzkonzerte für Arena-Tour 2025. Für seine Arena-Tour 2025 hat der Sänger erst kürzlich weitere Zusatzshows verkündetet, plant eventuell sogar einige Open-Air-Events für den Sommer 2025. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, aufgrund der weiterhin hohen Ticket-Nachfrage haben mein Team und ich entschieden, Zwei weitere Konzertzusatztermine in Oberhausen, 23. Mai 2025, sowie in Dortmund, 28. Mai 2025, für meine Arena-Tournee 2025 für euch in den Vorverkauf zu geben, teilte Roland Kaiser erst vor kurzem seinen Fans in einem Instagram-Beitrag mit. Roland Kaiser, davor haben Fans Angst. Eine Nachricht, die bei seinen Fans Freude und Sorge zugleich auslöst. Schließlich scheinen es im kommenden Jahr noch mehr Termine und Konzerte zu werden, als 2024, zweimal vier Konzerte in fünf Tagen. Bitte übernimm dich nicht. Wir hätten dich schon noch gerne länger oder lieber Roland, bitte denk an deine Gesundheit. Du kannst nicht jedem Fan gerecht werden. Pass gut auf dich auf. Der Schlagerstar selbst scheint seinen vollen Terminkalender für 2025 entspannt zu sehen. Wenn es mir gut geht und meine Frau das mit mir mitmacht, dann machen wir das noch lange, verriet Roland Kaiser erst vor ein paar Wochen im Interview mit Bild und wird dabei in Zukunft sicherlich auch auf sich und seine Gesundheit achten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.